So, jetzt kommt ein wichtiger Vortrag von Herrn, der sich in dieser Halle aufhalten darf, um die die Warte einsteigen müssen. Bitte setzt euch hin, wir sind hier nicht in der Fußballspiele. Bitte setzt euch wieder hin, die Personensleitung und die Organe sind hier in der Volle, wir sind hier politisch zu arbeiten. Das ist Zensur! Zensur! Komm, mach drüber und zensier dich persönlich! So, gute Nachricht, alle jetzt im Raum für mich, die Personen haben kein Hausverbot. Und damit kommen wir zum vornherstletzten, nein, zum vierten Probeitrag. Bitte nochmal darauf achten, wie viele. Jede Beiträge um das Leben in den Vortrag, die wenigsten hier Beiträge. Bitteschön, das Mikro ist für mich heute.